Hallo. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Ihrer Band Hope 21 gekommen? Hat er eine besondere Bedeutung? Ja, hat er eine besondere Bedeutung. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben geschlaufen, wir wollen mit unserer Musik Hoffnung bringen in dieses 21. Jahrhundert. Und so kam der Name Hope 21. Jahrhundert. Was sind Sie für big Disney-Lieder zu singen? Es gibt ja auch andere Bands, die Rock mit dem Pop spielen und damit die Gäste kriegen. Fast alle von uns haben in ihrer Jugend sich in der Kirche engagiert, waren Ministranten. Ein von uns ist Jesus wichtig, ist der Glaube wichtig. Deshalb war für uns dann irgendwann klar, wir engagieren uns einfach mit christlicher Musik, mit neuem geistlichen Lied in unserer Gemeinde. Ist es Ihrer Meinung nach leicht, eine Zörtin Jesu zu sein? Also im Zusammenhang mit der Band ist es sehr leicht, weil wir natürlich darüber spielen, da sind wir gewünscht und dann merkt man die positive Resonanz. Für mich persönlich, ich bewege mich oft in Kreisen, ob das jetzt in der Schule war, ob das beruflich ist, wo die Leute eben leider nicht mehr viel mit Jesus zu tun haben und wurde da auch schon oft ein bisschen komisch beäugt. Muss man schon sagen, aber das macht mir nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.